Hey Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Und schau mal Kata, wir machen was wirklich richtig, richtig doll cooles. Und zwar haben wir hier ein kleines Gebiet, was hier abgegrenzt ist insgesamt. Und in diesem Gebiet können wir richtig doll coole OP-Waffen finden. Das wird so nice. Schau mal Kata, hier vorne sind zum Beispiel schon Eisenschwerter und Goldschwerter. Und hier hinten sind sogar schon Enchantment Table. Und hier sind wirklich überall richtig, richtig doll coole OP-Items. Und Kata, wir haben insgesamt 20 Minuten Zeit, uns hier die ganzen OP-Items näher aufzusammeln und zu finden. Und alles, was du findest, darfst du natürlich behalten. Oh, das ist so nice. Das bedeutet, innerhalb der 20 Minuten musst du tiptop ausgerüstet sein, weil wir uns danach wegschnetzeln werden. Derjenige, der den anderen, naja, dreimal wegschnetzelt, hat gewonnen. Oh, das werde ich sein. Nein, das werde ich sein. Oh, Mann. Okay, Kata, bist du bereit? Bin ich. Auf die Plätze, fertig und los. Oh, die 20 Minuten laufen. Okay, okay. Ich hole mir zuerst mal hier ein kleines Schwertchen. Oh, das ist noch ein besseres Schwert. Okay, das hole ich mir auch. Das ist ja wirklich so nice. Moment mal. Hier sehe ich auch Äpfelchen und wir müssen wirklich so neue gute OP-Items finden insgesamt. Und die wachsen hier einfach alle auf dem Boden. Okay, dann hole ich mir auch eine Enchantment Table mit. Das wird so nice. Der kann ich auch verzaubern. Ich brauche auch unbedingt noch ein paar Experience-Flaschen. Okay, hier ist noch ein Äpfelchen. Das nehme ich auch mit. Oh, Moment mal. Hier sind Holzschwertchen, die hier wachsen. Was ist denn hier los insgesamt? Da haben wir hier noch eine Holzschaufel. Oh, ich habe Diamanten gefunden. Ich habe Diamanten gefunden. Die wachsen hier am Berg. Das ist ja so nice. Ein paar mit hier insgesamt. So, und so. Den Diamant nehme ich auch mit. Oh, sehr cool. Und warte mal, Kater. Was hast du denn schon gefunden? Ein Diamantschwert, Rüstung und einen goldenen Apfel. Moment mal. Du hast schon ein Diamantschwert gefunden? Hm. Das ist ganz gut. Die sind richtig ultime. Oh, oh. Okay, warte mal. Dann geht es hier weiter. Oh, oh. Ich habe auch ein Diamantschwert gefunden. Ja. Sehr nice. Okay, okay. Dann habe ich auf jeden Fall schon ein richtig gutes Schwert. Und das muss ich auch auf jeden Fall verzaubern. Dann habe ich hier noch Schuhchen. Da kann ich auch welche mitnehmen. Okay, das kann ich schon anziehen. Jetzt habe ich schon eine halbe, naja, Eisenausrüstung. Das ist sehr gut. Okay, dann geht es hier weiter. Ich sehe Goldäpfelchen. Ich sehe Goldäpfelchen. Die wachsen hier ganz genau. Okay, dann nehme ich mir auch zwei mit. Sehr nice. Das macht richtig doll viel Spaß. Alles, was man findet, darf man einfach behalten. Dann habe ich hier noch ein paar Diamanten. Die nehme ich auch mit. So, das ist sehr gut. Okay, ich brauche unbedingt noch ein bisschen Eisen, damit ich die Diamanten platzieren kann und abbauen kann. Dann sind hier noch ein paar Diamantschwertchen. Da nehme ich mir auch noch mal eins mit. Das ist sehr nice. Okay, ist hier irgendwo Eisen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier haben wir noch ein paar Schüchen insgesamt. So, dann nehme ich mir auch noch mal ein Schüchen mit. Hier hinten ist noch ein Diamantner Apfel. Oh, das macht so doll viel Spaß. Und ich bin richtig doll gespannt, Katja, wie gut du, naja, ausgerüstet sein wirst. Dann habe ich hier noch ein Eisenoberteil. So, das kann ich mitnehmen. Oh, ich bin schon tiptop ausgerüstet. Okay, dann sind hier noch Schüchen, aber die habe ich schon insgesamt. Oh, hier sind noch Diamantschwertchen. Oh, sehr nice. Okay, okay. Ich brauche jetzt unbedingt noch ein bisschen Labus Tazuli. Und Moment mal, hier vorne ist ein bisschen Eisen. Das kann ich mitnehmen. Warte mal. So, das kann ich auf jeden Fall umcraften. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Holz. Das kann ich hier auf jeden Fall abbauen. Und dann werde ich mir eine Eisenspitzhacke machen. Und mit der Eisenspitzhacke kann ich auf jeden Fall die Diamanten abbauen. Okay, warte mal, Katja. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein Crafting Table. Dann mache ich mir hier eine Eisenspitzhacke. Wir müssen uns wirklich richtig doll gut beeilen, dass wir tiptop ausgerüstet sind, bevor die Zeit abläuft. Oh, oh. Dann kann ich hier auf jeden Fall die Diamanten platzieren. So und so und so. Dann kann ich die abbauen. Oh, sehr nice. Und durch die Diamanten bekomme ich auch ein paar Level. Damit kann ich auch verzaubern, wenn ich Labus Tazuli habe. Jetzt habe ich fünf Diamanten. Okay. Ich habe auf jeden Fall schon ein Diamantschwertchen. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich warte noch, bis ich noch mehr Diamanten finde. Und dann kann ich mir Diamantenrüstung machen. Das ist sehr gut. Und warte mal, ich sehe dich da hinten. Hallo. Hey. Was ist denn hier los, Katja? Okay, warte mal, Katja. Ich brauche jetzt auf jeden Fall noch richtig doll trinkend eine Erfahrungsflasche, damit ich verzaubern kann. Oh, Moment mal. Hier sind noch goldene Äpfelchen. Die nehme ich natürlich auch mit. So, dann nehme ich noch ein paar mit. Hier wächst auf jeden Fall noch ein goldenes Schwertchen. Hier sind noch Eisenschwertchen und hier sind auch noch goldene Äpfel. Okay, warte mal. Wo sind denn hier die Erfahrungsflaschen insgesamt? Ich finde hier weiter und breit ganz und gar nicht. Ach, Mann. Okay, dann geht es hier weiter insgesamt. Oh, da brauche ich unbedingt noch ein bisschen Labus Tazuli. Oh, oh. Okay, dann geht es hier weiter. Ich habe noch nicht mal ein Enchantment-Table. Oh, nein, Katja. Ach, Mann. Okay, okay. So, dann bitte. Hier weiter insgesamt. Hier sind noch ein paar Diamantschwertchen. Hopps und hopps. Hallo, Katja. Na, okay. Okay, Moment, mal sehe ich hier vielleicht die Enchantment-Flaschen von hier oben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, ich habe Bögen gefunden. Ich habe Bögen gefunden. Das ist ja richtig doll gut. Okay, dann nehme ich einen Bogen auf jeden Fall mit. Dann nehme ich auch Pfeile mit. Oh, wie nice ist das denn, Katja? Und warte mal. Hier sind auch ein paar Pfeile. Dann nehme ich den Fall mit. Das ist ja wirklich so doll nice. Dann geht es hier weiter insgesamt. Oh, ich sehe hier noch ein paar Diamanten. So und so. Ich habe Diamanten gefunden, Katja. Die kann ich auf jeden Fall auch schon mal mitnehmen. Okay, was haben wir hier noch insgesamt? Hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Eisenrüstung. Oh, da vorne. Ich sehe, ich sehe Erfahrungsfläschchen. Ich sehe Erfahrungsfläschchen. Die sind ganz genau hier vorne. Sehr nice. Okay, dann nehme ich mir hier auf jeden Fall noch ein paar mit insgesamt. Moment mal. So und so und so. So, die bitte auch mitnehmen. Das ist ja wirklich richtig doll nice, dass die ganzen OP-Items nicht hier einfach auf den Boden wachsen. Moment mal. So, alle mitgenommen insgesamt. Sehr nice. Okay, jetzt brauche ich auf jeden Fall richtig doll viele Level. So und so. Jetzt habe ich 6,5 Level. Das ist sehr nice. Moment mal. Hier sind auch noch ein paar Erfahrungsfläschchen. So und so. Die bitte doch mitnehmen. Den und den. Sehr nice. Jetzt habe ich genau 8 Level. Jetzt muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen Labus Dazuli finden. Und dann kann ich verzaubern. Und Moment mal, Katja. Wir haben nur noch 13 Minuten Zeit. Das ist ganz und gar nicht gut. Wir müssen uns richtig doll beeilen. Und warte mal. Was hast du denn schon für eine Rüstung? Hm, eine Sache ist Diamant bei mir. Und warte mal, Katja. Oh, ich habe hier Labus Dazuli gefunden. Das ist sehr gut. Moment mal. Hier geht es noch weiter. Okay, da ist noch richtig doll viel Labus Dazuli. Das nehme ich auch alles mit. Jetzt habe ich schon insgesamt 20 Labus Dazuli. Oh, das ist ja richtig doll nice. Okay, warte mal. Dann würde ich sagen, ich buddele mich aus der Höhle wieder raus insgesamt. Und verzauber meine Ausrüstung richtig doll gut. Oh, sehr gut. Okay, dann kann ich hier auf jeden Fall mal ein Charmment Table aufstellen. Der kommt ganz genau hier hin. Dann verzauber ich erstmal das Schwertchen, würde ich sagen. Okay, mit Charmness. Ich habe Schärfe 1. Das ist sehr gut. Okay, dann verzauber ich auf jeden Fall noch meine Diamant Chest Blade. Okay, warte mal. Dann verzauber ich die auf jeden Fall so. Dann halte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr gegen Pfeile aus. Das ist auf jeden Fall schon sehr gut. Dann habe ich jetzt noch 5 Level. Da würde ich sagen, ich verzauber meine restliche Rüstung noch. So, zack. Ich habe ein Charmment Table gefunden, endlich. Sehr gut, Katja. So und so. Das wird alles verzaubert insgesamt. So und zack. Und alles anziehen wird schön. Oh, ich bin komplett verzaubert. Dann mache ich auf jeden Fall jetzt noch Diamantenschuhchen insgesamt. Eine Diamantenhose. So und so. Und ja, viel mehr habe ich leider keine Diamanten. Okay, dann ziehe ich die auf jeden Fall an. Ich habe auf jeden Fall noch 7 Level. Warte mal, ist hier noch der Enchantment Table? Oh nein, wo ist der Enchantment Table? Ich glaube, der ist hier unten. Ja, okay, okay. Dann kann ich auf jeden Fall jetzt meine Diamantenerüstung noch ein bisschen verzaubern. So und so, dann verzauber ich die auf Protection noch ein bisschen. Und die Hose verzauber ich auch. Und zack und zack. Sehr nice. Jetzt habe ich auf jeden Fall meine Diamantenerüstung auch verzaubert. Meinen Bogen könnte ich auch verzaubern. Moment mal, so und so. Den verzauber ich mit Power 1. Jetzt macht der auch noch ein bisschen mehr Damage. Und ich bin schon richtig, richtig, richtig gut ausgerüstet. Ich habe ein paar Pfeile. Das ist sehr nice. Goldene Äpfelchen, ein verzaubertes Schwert, einen verzauberten Bogen. Und ich muss jetzt unbedingt noch ein paar mehr Pfeile finden. Und dann bin ich tipptopp ausgerüstet. Oh, sehr nice. So und so und so. Okay, hier sind auf jeden Fall noch Diamantene Schwertchen. Da nehme ich auch noch mal eins mit. Und warte mal, Katja. Die Zeit ist vorbei. Oh, sehr nice. Moment mal, ich bin tipptopp ausgerüstet. Das hat wirklich richtig doll viel Spaß gemacht. Hier einfach nahe die ganzen Items zu finden. Und man darf natürlich alle behalten. Und Katja. Ja, bitte. Wir schnetzeln uns jetzt weg insgesamt. Ich bin richtig doll gespannt, wie du ausgerüstet bist. Und was du alles verzaubert hast. Und derjenige, der den anderen dreimal wegschnetzelt, der hat gewonnen. Das wird so nice. Hallo Katja. Moment mal. Und ich schaue erstmal, wie du ausgerüstet bist. Warte mal. Hey, du bist besser als ich ausgerüstet. Katja. Du hast ein Diamant, das Oberteil, einen Diamanten, den Helm und eine verzauberte Eisenausrüstung. Moment mal. Ich bin tatsächlich ein bisschen besser ausgerüstet. Ich bin so doll gespannt. Bist du bereit? Bin ich. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Los geht's. Hast du einen Bogen? Ähm, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Du hast sogar einen Apfel. Das sehe ich ganz genau. Okay, warte mal. Vielleicht rammel ich auch deine ganzen Pfeile auf. Katja. Und du wirst weggeschnetzelt. Du hast gar keine Chance. Und zack und zack. Okay, schnell mit dem Bogen. Mein Bogen macht auch richtig viel Damage. Stehbleib, Katja. Zack und zack. Oh nein, ey. Nein, 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 nein. Und du wirst weggeschnetzelt. Oh, oh. Oh, das sieht schlecht aus. Und zack und zack. Du hast gar keine Chance. Ja, es steht 1 zu 0. Bist du bereit für die zweite Runde? Bin ich. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Oh, au. Katja. Oh, ich sammle jetzt deine Pfeile auf. Dankeschön. Oh, nein. Hey. Moment mal so und so. Alles aufsammeln. Und du wirst weggeschnetzelt. Du hast gar keine Chance. Und warte, warte. Zack und zack und zack. Ich mache richtig viel Damage. Das kommt richtig gut. Katja, ich schnetzel dich weg. Bye, bye. Oh, nein, 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 nein. Ich habe keine Pfeile mehr. Aua. Es steht jetzt 1 zu 1. Und bist du bereit für die dritte Runde? Bin ich. Ich sehe das ganz genau mit deinem Bogen. Und los geht's. Nein. Oh, ich habe dein Pfeil aufgesammelt. Ich habe nur einen einzelnen Pfeil, Katja. Nein. Oh, Pfeil, Pfeil, Pfeil. Und aufsammeln. Dankeschön. Bye, bye. Oh, du wirst weggeschnetzelt. So. Und so. Du hast gar keine Chance. Ich habe eine richtig gute Rüstung gefunden. Und zack und zack und zack. Katja, du wirst weggeschnetzelt. Oh, Gott. Ja, ich bin wirklich weggeschnetzelt. Oh, es steht 2 zu 1. Moment mal. Wenn ich dich jetzt noch einmal weggeschnetzel, dann habe ich gewonnen. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Das ist so nice. Okay, Katja. Bist du bereit? Bin ich. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Du wirst weggeschnetzelt. Oh, danke für den Pfeil. Und bye, bye. Hallo. Oh, oh. Katja, nein. Autschi. Oh, du wirst weggeschnetzelt. Und zack, den Pfeil sammle ich auf. Und zack. Bye, bye. Und so. Und so. Nein. Katja, Katja. Du hast gar keine Chance. Und zack. Und zack. Und. Oh, nein, nein, nein. Tschüss. Katja. Nein. Nein, 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 nein. Yay. Du hast mich weggeschnetzelt. Moment mal. Es steht 2 zu 2. Oh, stimmt. Oh, nein. Das bedeutet, derjenige, der den anderen jetzt weggeschnetzelt, der hat gewonnen. Okay, bist du bereit? Bin ich. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Oh, schnell weg. Oh, ich habe keinen einzigen Pfeil. Oh, Moment mal. Dankeschön. Und. Katja, der wird weggeschnetzelt. Au. Und. Oh, nein. Ich muss gewinnen. Ich muss gewinnen. Katja, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Und zack. Du wirst weggeschnetzelt. Nein. Nein. Genau. Nein. Oh, mein Gott. Ja. Ich habe gewonnen. Oh, sehr nice. Das war richtig doll knapp, Katja. Oh, das hat richtig doll viel Spaß gemacht. Oh, stimmt. Das war so knapp. Oha. Oh, das stimmt. So cool. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.